Hier geht's bereit, hier geht's. Ja, du musst aber den Schilder abzunehmen. Weil dann passiert nichts. Die Sonne bringt's geschützt, weil es jetzt schnell ist. Dann wieder ein Blödsinn. Oh ja, geil. Und... Wenn du dich nicht mit Besen brest, wenn du dich faszinierst. Was passiert? Ich höre die Hose. Ja, Samsung gibt's verschiedene. Kuba gibt's auch verschiedene. Die funktioniert doch. Das geht nicht. Einfach. Kaffee. Der Kramspitz zum Gehirn. Der Kramspitz. Die Kramspitz. Wie das dir brauchen, mein Schatz. Ich brauch ja keine Bauleine. Benz ist so schwul da. Was ist jetzt überhaupt alles? Das ist einfach. Ja, da kann man doch hinten bleiben. Oh Mann. Was genau bedeutet eigentlich das Wort schwul? Ja, das wollte ich auch schon die ganze Zeit wissen. Ist das ein Coming-out? Ja.